Du weißt, alles, was ich tue, gefährdet dich und Mom. Ich will nicht, dass euch was passiert. Seit den letzten Spielen hat sich etwas verändert. Ich kann es sehen. Was siehst du? Hoffnung. Du hast uns gerettet. Das weiß ich. Aber ich kann nicht weiter für die Kameras etwas vorspielen. Und im wahren Leben ignorieren wir uns. Sie ist nicht die, für die Sie alle halten. Sie muss eliminiert werden. Das stimmt aber auf die richtige Art, zur richtigen Zeit. Wir müssen verschwinden, bevor Sie uns töten. Und Sie werden uns töten. Das Volk will kämpfen. Ich werde bleiben. Sie haben bei den Spielen sehr hart gekämpft, Miss Everdeen. Aber es waren Spiele. Möchten Sie einen echten Krieg erleben? Stellen Sie sich vor, tausende Ihrer Leute tot. Ihre Familie ausgelöscht. Was muss ich tun? Dies ist das 75. Jahr der Hungerspiele. Die Tribute werden aus den bisherigen Siegern ausgelost. Katniss! Ich muss mich noch verabschieden. Katniss! Was machen wir jetzt? Das werden diesmal völlig andere Spiele. Die 75. 100 Spiele! Bist du bereit? Katniss Everdeen! Das Mädchen, das in Flammen steht! Ich möchte, dass ihr alles vergesst, was ihr über die Spiele zu wissen glaubt. Letztes Jahr war es ein Kinderspiel. Dieses Jahr bekommt ihr es mit erfahrenen Killern zu tun. Noch ein letzter Rat? Bleib am Leben. Vergiss nicht, wer der wahre Feind ist. Das ist ein Kinderspiel.